Herzlich Willkommen meine Lieben zu The Plan. Ein Spiel mit einer Fliege. Und sonst ist hier irgendwie gar nichts. Ich drück mal auf Start. Was ist mit... Spiele ich schon? Okay. Muss ich was machen? Ah, okay. Ich kann sie steuern mit den Pfeiltasten oder WSAD. Okay. Okay, ich bin irgendwo in der Wiese. Auf jeden Fall. Oh, 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 da wird es dunkel. Ich glaube, da sollte ich nicht lang. Okay. Kann ich irgendwas machen? Ich kann mit der Maus nichts klicken. Kann ich sonst irgendwas? Okay, nö. Ich kann nach oben, nach unten. Da wird es irgendwie gefährlich. Sollte ich da vielleicht doch hin? Ah, da ist Wind. Da komme ich nicht gegen den Wind an, hä? Ah, okay. Da ist also... Ich sollte vielleicht nicht zu weit hochfliegen, hä? Hier ist es ganz schön dunkel. Da ist es geäst. Ah! Ich kann mich nicht draufsetzen. Ich habe derbangst vor einem Spinnennetz oder so. Ganz ehrlich, Leute. Ich habe richtig Panik vor einer Spinne. Dass die hier irgendwo auftaucht. Und mich dann hier weg... ...weg schnabuliert. Denn wir wissen, die Spinne ist der größte natürliche Feind der Fliege oder ein Frosch vielleicht. Oder auch der Mensch. Ah! Oh Gott. Wollen wir mal ein Spinnennetz rein? Ich weiß nicht. Sitzt die da irgendwo? Wollen wir sie ein bisschen... ...tricksen? Nee. Ich glaube, sie hat sich versteckt, hä? Oh je. Da bin ich ja gespannt. Ich... Ich hab... Also... Es hat mich jetzt schon ein bisschen... ...ein bisschen in den Fingern gejuckt, da an das Spinnennest reinzufliegen. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nicht so... ...fett Bock auf eine Spinne. Was ist das da hinten? Ah! Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich muss weg, ich muss weg. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ich muss raus. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Panik. Einfach nur Panik. Und ich dachte, dass ich das Spinnen nicht sehen würde. Ah ja, gut. Da sieht man es auch so leicht. Das heißt, da muss ich ein bisschen besser aufpassen. Wenn das so angedeutet wird. Oh, da kommt wieder Wind. Von links. Ah ne, von rechts. Oh. Da treibt es mich ganz schön rüber. Was ist das denn? Das ist doch so eine... Ist das eine fleischfressende Pflanze? Hört sich an wie eine Straße, oder? Im Hintergrund. Jetzt regnet es. Es klingt wirklich, als wäre da irgendwie eine... eine Straße oder irgendwelche anderen Verkehrswege im Hintergrund. Wo muss ich eigentlich hin? Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es zwingend Sinn ist, hier ganz nach oben zu fliegen. Aber ich weiß es nicht. Es wird einem nichts gesagt, was ich zu tun habe. Mir wird überhaupt nichts hier erklärt. Aber es ist trotzdem irgendwie faszinierend. Na, was ist hier links und rechts? Oh, der Wind. Der Wind. Bin ich eben gerade nochmal entkommen? So wie ich es mir... Und da ist Wasser im Hintergrund. Oh. Oh nein, oh nein. Laub, Laub, Laub. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, gut, dass da kein Spinn jetzt... Oh ja, da ist nämlich eins. Habt ihr es gesehen? Okay, komische Geräusche. Andere Tierchen. Ich glaube, jetzt bin ich langsam zu weit oben, ha? Also, ich bin ja mittlerweile schon extrem weit nach oben geflogen. Dass hier immer noch Bäume sind? Was muss denn das für ein Wald sein? Der Wind interessiert mich nicht. Der lässt mich total kalt. Scheiß auf den Wind, oder? Die Kamera zoomt immer weiter raus. Aha, okay. Das scheint jetzt hier langsam die... Die Spitze des Baumes erreicht zu sein. Der Wipfel. Ah, da kommt nochmal ein fetter Sturm. Ich glaube, das wird so langsam zu hoch hier für mich. Weil fliegen können die mich, glaube ich, nicht so hoch fliegen. Ah ja, da ist eine Wand, okay. Das heißt, es geht doch immer nur weiter nach oben. Tja, jetzt bin ich hier und nur... Oha. Ach, so schön. Aber irgendwie auch richtig gruselig. Bin ich eine tote Fliege? Die in den Himmel aufsteigt? Ich lasse das einfach mal so passieren hier. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Ich glaube, ich gehe ins Licht. Ich glaube, ich bin... Irgendwie eine Fliege, die gestorben ist. Auf dem Weg in den Himmel. Irgendwann. Nein. Ah, nein. In die Glühbirne. Ah. Fuck. 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 Das war unerwartet. Gut. Nein. Ich weiß nicht what... мет Or Le Sens.